Zwei Sternzeichen sind füreinander geschaffen, Skorpion und oder für Löwe, Skorpion und Löwe, viel Erfolg. Das war jetzt auf allen Ebenen, jetzt nur Crush, wir hatten Crush aufeinander, Steinbock und, Steinbock und Fische, Steinbock und Fische, wie süß. Wer wird auf jeden Fall reich? Ich muss mir auf jeden Fall Schützen suchen. Wer wird seine Eltern stolz machen und Anwalt oder Arzt? Der Waage. Guck mal, sogar dieses Zeichen ist so anwaltsmäßig, wisst ihr, was ich meine? Wer würde sogar seinen Kopf verlieren, wenn es nicht an seinem Körper wäre? Jungfrau. Denke ich auch, aber Wassermänner sind auch so. Und der Rest ist wieder Milch holen, bis zum nächsten Video.